Weißt du, liebes Leben, fragt dich den Schmetterling am anderen Ende der Welt. Was muss ich tun, um nur endlich so frei fliegen zu können, wie du es tust? Und dennoch zu wissen, wo bin ich zu Hause, ohne mich dabei zu verletzen? Meine Gedanken ziehen mich Tag für Tag weiter nach unten, doch weiß ich, dass wenn ich weiterfalle, es mir mehr wehtun wird, wie als du mir meine Flügel ausgerissen hast, um mir mein Herz zu brechen. 31. oder 30. Oktober 2014, an einem kalten Abend, Leo Ledoux.